Jetzt eben konnte man hier feststellen, bei diesen Gasgrillmeisterschaften, veranstaltet von NeuSW, unserem Hauptsponsor, dass wir was mit Musik und Kochen gemeinsam haben. Nämlich, ich habe festgestellt, dass die Harmonie, die in diesen Kochnischen geherrscht hat, für das Gelingen dessen, was dabei rauskommt, genauso viel Rolle gespielt hat, wie wenn wir in unserem Orchester miteinander spielen oder überhaupt jemand miteinander Musik macht, dass man einfach gut miteinander umgeht. Es schmeckt besser, es klingt besser. Und die beiden, die jetzt hier leider keinen Preis gewonnen haben, aber die meiner Meinung nach am höchsten miteinander harmoniert haben beim Kochenpaar, habe ich eingeladen in die nächste Konzertmacht Ende Oktober. Von jeder von euch natürlich auch entkommen. Es sind zwei Sharks, die da jetzt hier eben gekocht haben, wieder toll. Also, bis bald. Ciao.